Hallo liebe LEGO-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute ein weiteres LEGO-Ich-Einfach-Unverbesserlich-Vier-Set. Und zwar die Set Nummer 75580, die Minions und das Bananen-Auto. Das ist das kleinste Set aus dieser Set-Reihe. Es sind ja vier Sets und ein Poly-Bag, soweit derweil bekannt. Ob da noch irgendwas anderes nachkommt, werden wir sehen. Es hat 136 Teile und kostet 24,99 Euro. Und es sind 1, 2, 3, 4 Minions dabei, halt eben dieses Bananen-Auto und ein paar kleine Zubehör-Sachen. Gleich kurz ein Blick auf die Rückseite der Box und dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Viel Vergnügen! 1, 2, 3 ... 1 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.